Sie haben es vorhin so schön sich kurz vorgestellt, vielleicht können Sie das noch mal so machen. Was zeichnet Sie aus? Ich würde mich selbst als offen, kommunikativ, ehrlich, informationsfreudig, entscheidungsfreudig beschreiben und kurz auf einen Satz gebracht, mir ist ein Telefonat persönlich lieber als eine seitenlange E-Mail. Sehr schön. Alles gut. Sie sind jetzt seit kurzem im Amt als Regionalfußballwart. Worauf wollen Sie Ihre Prioritäten oder den Fokus legen? Prioritäten in der Region Darmstadt habe ich mir noch keine gesetzt. Ich habe seit 1.2. jetzt das Amt von Robert Neubauer übernommen, ein gut bestelltes Feld übernommen und mein Fokus liegt jetzt erst einmal darauf, die Runde ordentlich und sportlich fair zu Ende zu bringen, mich einzuarbeiten und dann in der nächsten Runde kann ich sicherlich den einen oder anderen Schwerpunkt setzen. Den weiß ich aber heute noch nicht. Jetzt ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, Gewalt gegen Schiedsrichter oder Gewalt auf dem Sportplatz. Sie sind selbst lange Jahre schon Schiedsrichter. Geht es mittlerweile rauer zu auf den Sportplätzen und werden Schiedsrichter öfter zur Zielscheibe? Gewalt gegen Schiedsrichter ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Aber nicht nur die Gewalt gegen Schiedsrichter hat sicherlich zugenommen, gar keine Frage. Es ist ein gesellschaftliches Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn ich sehe, wie Angriffe gegenüber Polizeibeamten, Rettungsdiensten, Feuerwehrleuten zugenommen hat, dann ist der Fußball natürlich kein Hort der Glückseligkeit, sondern eben auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und da müssen wir zusammen mit allen anderen auch für Abhilfe sorgen. Gar keine Frage. Jetzt haben Sie vorhin auch erzählt, oder mit Blick auf die EM nächstes Jahr, dass Sie sich schon ein Stück weit selbst von dem Profifußball ein Stück weit entfremdet haben. Wie blicken Sie auf die EM nächstes Jahr und generell auf den Profifußball? Auf die Europameisterschaft blicke ich natürlich als Fußballer mit Vorfreude. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, die Europameisterschaft interessiert mich nicht. Ich habe allerdings keine großen Ambitionen dafür, mir selbst Spiele persönlich in Frankfurt anzuschauen. Sechs Spiele werden ja in Frankfurt stattfinden, weil der Profifußball nicht mehr meine Priorität Nummer eins ist. Das ist mir mittlerweile zu viel Kommerz, zu viel Vertragspoker, zu viel Vertragsbrüchigkeit. Da werden Summen gehandelt, da kann man nur noch mit den Ohren schlagern. Also der Profifußball ist für mich nur noch zweitrangig. Amateurfußball, das ist meine Welt. Und die Europameisterschaft wird eventuell, wenn unsere deutsche Mannschaft sportlichen Erfolg hat und auch mal wieder basisorientiert agiert, einen Schuh bringen. Das glaube ich schon. Ob es letztendlich der Heilsbringer für uns sein wird, wage ich mal zu bezweifeln. Vielleicht noch abschließend die Frage, doch nochmal zum SV Humberdruck. Wie beobachten Sie die Entwicklungen jetzt rund um den Verein? Die Lage hat sich beim SV Humberdruck, was das Drumherum, das Finanzielle, die ganzen Nicht-Antritte betrifft, beruhigt. Das hatte ich auch so erwartet. Das Geschäftsmodell, wenn ich das mal in Anführungszeichen so sagen darf, kann man sicherlich aus zwei Seiten betrachten. Das tue ich auch. Die Summen, die dort kolportiert werden, sind nicht nach meinem Dafürhalten im Amateurbereich angemessen. Auf der anderen Seite muss man sagen, der sportliche Erfolg ist ganz einfach auch nicht zu vernachlässigen. Wir wären im Odenwaldkreis froh, wenn wir einen weiteren Gruppenligisten hätten. Und die Ziele, die der SV Humberdruck hat, wie zum Beispiel das Erreichen der Hessenliga, würden wir natürlich begrüßen. Das Zahlen solcher Summen, die da im Raum stehen, das halte ich nicht angemessen für den Amateurbereich. Das war's.